Der Faulfluss. Toter Fisch. Einer. Ein paar mehr, Toter Fisch. Die Ziegen sind schuld. Ich wusste es. Teufelsziegen, Teufelsziegen, Teufelsziegen. Die Ziegen sind schuld. Das hätte sich jetzt so angeboten, dass das hier drin ist, aber okay. Ich gehe jetzt hier einfach am Fluss. Und... Ach da, okay. Da. So, jetzt ist Schilf voll. Schief aber wahrscheinlich nicht. Und essen schlechtes Wasser. Äh, ja. Essen schlechten Fische. Musik Kupfer, Kupfer. Soll ich jetzt, jetzt soll ich den Bären ab, Fuß abdrücken, äh, hinterher, okay. Soll ich dich, wenn ich mich ein, was dich? Na, zu schreit dausam. Ich habe eine Aufgabe zu tun. Soll ich die denn hinpacken, sag mal? Soll ich die denn hinpacken, sag mal? Komm mal ran. Die restlichen Leichen sind da nicht so schlimm. Was ist denn? Soll ich die denn hinpacken? Komm mal ran. Ist das schon richtig? Tatsächlich. Okay, gut dann. Wurde ich nicht so weit rum. Na, wo ist die dritte? Was ist denn da? Ja, kommen Sie mal mit hier. Wir schmutzen unser Badewasser. Das ist gar nicht gut. Ja, kommt jetzt zu der anderen Leiche. Guck mal schön. So. So. Und zack, schon ist der Full of's wieder gereinigt. Sehr gut. Ha, ich bin gut. Alter, was ist denn da los? Ey, machst du... Machst du einmal was fürs Dorf, ey? Boah, ey. Das ist nicht euer Ernst. Wenn du einmal was anfängst, weißt du, dann kommen sie alle und wollen sowas. Ich nehme erstmal den, der am weitesten weg ist. Ja. Ja. Das war auch... Superintelligent. Schon wieder. Oh, okay. Jetzt wieder in der Nähe. Okay. Weißt du was? Komm. Ich nehme die andere gleich mit. Ach, nee. Nee. Doch, doch. Markieren kann ich's ja. Äh. Dann mache ich die. No. Geil, Alter. Pilz für ein Kind. Sehr gut. Kann man ja gleich früh mit anfangen. So, der hat da aber auch was. Ich sammle hier gleich erstmal kurz den Quest und die arbeite ich ab. Brauchst du noch ein Loch im Kopf? Oder geht das? Ich möchte mich nicht. Ich möchte mich nicht... Ich möchte mich nicht... Ich bin der Wasar. One. Urus. Salwaya. Okay. Krieg ich hin. Na, da, hau, cha. So, okay. Ja, musst du nicht verstehen. Das ist... Das ist, das ist, das ist nicht so wichtig. Ob du es verstehst oder nicht, das ist... Das interessiert keinen. So, zwei Dorfquests und eine Darkquest. Das ist cool. Hm? Hm? Dieses? So. Erstmal gucke ich... Tiere werden krank. Trinken bestimmt aus dem kaputten Fluss. Oh nein. Ja, wahrscheinlich ist es da unten. Hier habt ihr unten sogar schon ein Lager. Wow. Ist aber sehr abseits des Dorfes. So, dann zeigt er mal. Tiere auch vergiftet. Wink. 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 Alter, hörst du auf mich zu, besch... Nicht, nicht da reinfallen. Och, jetzt versaut er unseren Fluss. Jetzt ist der Fluss vergiftet. Ja. Heutzutage, trotzdem. Heilkraut. Aber... Okay, er spuckt Heilkraut aus, aber... Ah, da, da ist Heilkraut. Äh, Schilf war voll, ne? Wow, es gibt seltene Schilfe. Ja, fast bei einem. Holz, weiß ich nicht. Holz muss ich gucken. Da hab ich jetzt leider nicht drauf geachtet. Ich hab die Fußspuren weiterverfolgt. Oh, kleiner Schlingel, ne? Da geht's weiter. Ach, Mann, ich bin doof. Warum mach ich das denn immer gleich? Steck'n doch drin. Oh, eher nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Oh, nein. Okay, nächsten Punkt gefunden. Wachsen in Höhle in Nähe, ja. Ich sehe das schon. Ganz, ganz nah ist es. Na gut, komm her, ja. Was ist denn das für eine Höhle in der Nähe? Das war's. Das war's. Schrauch! Oh Nein, Makupashanti, Bakahadam. Nimi udar di Gwai. Hai Bakas warga tibara Sai Dagwam Sela Jauh Joah, kann er weiter sterben. So, ciao. Töte Giftbüsche. Äh, töte. Verbrenne Giftbüsche. Okay. Sorry, kann ich auch, dass du mir wieder hinterher jagst. Dafür nichts haben. Sind wir eigentlich schon genug im Süden? Nö. Gerade. Oh, Nashörner. Ja. Oh, oh oh. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann hatten wir noch eine Dorfquest. Die ist da. Moment mal. Äh, obwohl vielleicht kommen wir da jetzt endlich mal rein. Das wär ja cool. So, Schiefer. So, ich geh mal mit. So, ich geh mal mit. So, ich hab' nicht geflucht. So, ich hab' nicht geflucht. So. So, hier in der Nähe gibt's eine Höhle, wo Pilze zusammen sind. So, ich hab' nicht geflucht. So, ich hab' nicht geflucht. So, ich hab' nicht geflucht. So, die Bäume jetzt weg sind. Ja, das sieht doch gut aus. So, ich hab' nicht geflucht. So, ich hab' nicht geflucht. So, ich hab' auch ein bisschen geflucht. So, ich hab' nicht geflucht. So, ich hab' nicht geflucht. Und es ist gut, dass sie so gut zu finden sind. Na? So, super. Bring die Mut her. Okay, ich muss sowieso zurück. Äh. Wie? Wow. Hi. Was? Hm. Ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt... Ach, da... Hier ist die, okay. Das ist gut. Bitte nicht reingehen, da ist ein Bär drin, der ist hungrig. Also es wirkt zumindest. So. Jetzt muss ich zu den... Äh, ja, zu... ...zure Blumen-Group-Schwestern da. Die... Oh. Oh. Okay. Da muss ich dann erstmal gucken. Machen wir erstmal hier. Ich hab die Quest jetzt... Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen in der Gegend amüsieren. Achso, warte mal. Mal gucken. Oh, jetzt gibt's hier richtig Fülle gibt's hier. Fülle gibt's hier in Hülle und Fülle. Achso, ja, 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 gut, komm. Seltene... Achso, seltene Väter sind voll. Cool. So, jetzt bin ich ja schon relativ weit südlich. Jetzt kann ich wieder anfangen, hier die Sachen zu sammeln. Wie Süd-Ahorn. Und Südstein-Staub und so weiter. Aua. Was jammerst du? Der greift mich an. Schnauze, der ist tot. Ja, ich bin ja schon da. Okay. Wo finde ich... Also voraussichtlich, da. Oh, dann gibt's ja noch in der Nähe noch einen Stützpunkt, hab ich grad noch gesehen. Dann will ich den auf jeden Fall mir auch nochmal holen. Dann hab ich einen Schnellreisepunkt. Ja, ich hab mich von dem grünen Punkten irritieren lassen. Ich hab mich von dem grünen Punkten, die sind in der Höhle. Aber, äh, ich, das ist nur ne Behauptung. Ah, Südstein-Staub gibt es auch als Haufen. Ja, ich glaub, Schilf hatte ich wieder alles, ne? Und nicht selten ist Schilf, oder gut, selten ist Schilf, ja. Dann holen wir mich. Oh, danke. Ciao. Sitzsteinstaub, finde ich, den brauche ich nämlich. Kein Alligator und auch keine Fische. Das ist gut. Oh, hier sind wir wieder weit genug im Norden. Anscheinend. Oh, hi. Suchen und retten. Mach ich gleich. Ach, hier ist Fleisch drin. Da hinten ist was. Aha. Hier. Ja. Ja. So, wir müssen schlafen. Dreckstab. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir Blut. Winja im Guamash. Tief. 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 Geid. 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 Wer ist tot? Jetzt renn doch nicht. Okay, ich dachte jetzt gerade, er rennt jetzt wieder in die selbe Richtung. Ja, tatsächlich. Gebietgesicherheit, okay. Sieht sehr gekonnt aus, ne? Ich weiß nicht. Habe ich nicht zwei, habe ich nicht zwei hingeholfen? Also ich dachte, ich hätte zwei hingeholfen. Jetzt habe ich aber nur einen Zuwachs gekriegt. Ach, die haben bestimmt gepoppt und jetzt ist das Kind Zuwachs für, für unser Erfolg. Ach, und noch einen, ah, okay. Das war der Hintergelang. Jetzt habe ich zwei, sehr gut. So, und noch weniger Schaden, jawoll. Was ist das? Stellt bei einem manuell plus eins, bis zu drei. Brauche ich aber vier Fähigkeitspunkte wieder. Macht nix, sammle ich. Ach, sehr schön. Wo sind wir denn? Ui. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Ein bisschen sehr vom Weg abgekommen. Ja. Weißt du was? Ich mache jetzt mal diesen Außenposten, weil der ist, der ist mir ein Dorn im Auge. Der ist so mittendrin und den habe ich noch nicht, noch nicht erobert. Das geht gar nicht. Da ist ein Alligator. Okay. Ich versuch's, ich versuch's. Hey, ich hab sie gerettet. Sie ist tot, Mann. So, da ist der Stützpunkt. Heule, mach mal luki, luki. Okay, die sind gar nicht so dumm. Ach, das sind Isari. Keine U-Damen. Ich hab mir jetzt schon wieder, ich hab mir schon wieder Pfeile gemacht. Ich hab mir jetzt schon wieder Pfeile gemacht. Ich hab mir schon wieder Pfeile gemacht. Ich hab mir jetzt schon wieder Pfeile gemacht. Hah, ha, 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 ha. Wind? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagrin WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, ja, ja. Bis zum Morgen der Morgen. Gute Nacht. Der hat es jetzt aber eilig gehabt. Der muss jetzt aber sich ganz schnell hinlegen. Aber gut, dann ist der Außenposten auch erledigt. Dann ist, wie gesagt, der ist ja eh relativ mittig gewesen. Weiß ich jetzt nicht. Hatte bis jetzt noch nicht so das Bedürfnis, mir den jetzt zu... So, okay. Dann wollen wir... Ach, da ist eine Höhle. Wollen wir mal dahin. Dafür muss ich in die Richtung. Hier kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele sinnige Sachen. Hier gibt es hauptsächlich Nord-Sachen. Aber vielleicht Nordsee, da weiß ich jetzt gar nicht, ist er noch. Oder Nordsee, da kann ich auch nicht mehr. Ja. Quäkt hier mal. Ja, da ein Schwarzstein kann ich auch noch machen. So, die müssen wir jetzt... Ja, jetzt ist es aber voll. Ich will immer Nord-Schwarzstein sagen. Da kann ich anscheinend noch ein bisschen mehr. Fast voll. Ja, siehst du. Lack war Jäger-Lager. Takkar, zu Mann! Nein. Hast du hier zufälligerweise irgendwo ein Armband gesehen? Muss hier irgendwo eins umliegen. Oh Mann. Lieber mit dem Jäger-Blick. Da ist... Das hier stört ein bisschen. Ach, hier kann ich rein. Ah. So, dann gibt es da oben noch... Meine Hand. Oh, es gibt nicht mehr so viele Armbänder. Nur noch vier. Willst du mich, ja? Willst du? Willst du? Na gut, komm her. Ich nehme jede Herausforderung gerne an. Es tut weh, ich weiß. Aber... Das tut auch weh. Wo ist denn jetzt so? Ja, ich weiß. Wir haben es... So. Haben wir das. Ach ja. Da gibt es wieder ein Stammeskonflikt. Okay, dann müssen wir nochmal Glück haben. Tschau. Ach nee, Nordseeder... War voll, ne? Ja, auch schon. Oh. Was hab ich gerade umgedreht, du Sack? Geht dich doch nichts an, da. Okay. Okay. Sogar Isar. Isila. Fressen. Die Ula. Kaltbarthöhle. Wo muss ich ihn dafür überhaupt hinzulösen? Da. Jungs, warum könnt ihr eure Konflikte denn nie selber lösen? Hä? So. Und die sind wo? Noch weiter in die Richtung? Hier. Erreiche den Ort. Geh mal hin. Äh, glaub ich. Ah, okay. Ich muss unentdeckt bleiben. Okay. Wahrscheinlich steht da oben jetzt direkt einer mit Blick hier drauf. Oh. Okay. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Da war noch einer! Oh! Ah! Ah! Ah... Oh, wasser? Ah, ah, ah. Hoppla. Entschuldigung. So. Hammer das. Dann, äh, äh, wollte ich da hin. Äh, darf ich wieder hoch? Ah, findet mich doch. Ich bin gar nicht mehr da. Oh, äh. So. Vorsicht, da hinten sind Yaks. Die können gefährlich sein. Müssen aber. So. Hier angekommen. Die Hand zeigt nach unten. Ich, da, die müsste in der Höhle sein, schätze ich jetzt mal. So. So.